Endlich CT. Endlich. Cool. Eine gute Seite. Ja. Ich geh A lang. Du gehst A lang, ja. Ja doch, stimmt. Oh, und die Eko. Aber spielen wir jetzt gegen einen Bot, ja? Aber gut, sie haben ihn da rausgeworfen, ne? Das Gegner-Team hat ihn rausgeworfen. Ne, der ist disconnected. Kann sein, dass er macht schon. Geh ich noch komm lang. Boah, instant. Boah, 8 HP runter, fuck. Okay, geh mit, geh mit. Oh, nice. Nice. Chip, chip. Hi, du bist gut. Ja, es geht, ne? Es geht. Ich find's lustig, die Schalter einfach ab und anzuschrauben. Das ist eine lustige Animation, find ich. Warte mal, ich geh wieder A lang, komm. Geh mit dem Kevin mit. Ähm, ich geh grad B. Egal, dann geh ich halt nicht zu Kevin. Einfach, weil YOLO. Ist weg. Oh, B, wa? Ja. Ne, A ist auch einer. Okay, A ist einer down. Hat der eine Waffe für mich, bitte? Ja! Warte mal. Eko ist raus, hat er gesagt. Scheiße, ich war dumm geworfen. Die war auch dumm geworfen. Naja, egal, immerhin trotzdem haben wir gewonnen. Och, gib mir die UMP. Danke. Er hat gar keinen Skin. Egal. Nicht alles muss ein Skin haben. Entschärfungskit kaufen, ne? Nicht vergessen. Damit du die Bombe auch in kritischen Situationen in 5 Sekunden weg hast. No money for this shit. Oh. Das ist so schlimm. Warte mal, ich geh mal mit zu B, Alter, komm. Bei B waren grad mehr, deswegen. Höh! Ach, stehst du da am Tor? Ja. Was? Wieso haben sie den Gang gesmogged? Das ist doch dämlich. Bin ich der Meinung. Kann durchaus auch gut gewesen sein. Man weiß es nicht. Wir hatten ne Bombe, ich hab's ja nicht. Kevin tötet, der Kevin tötet. Warte, hat er gesagt? Short Steps. 3 on A, sorry. 3 on A. 3 on A. Ich geh mal außen rum. Bitte. Zu A. Tot. Bist du tot? Ne. Doch, doch. Äh. B-b-b-b-b-b. Ich geh mal A hinten lang. Wenn A kurz geht. Na, ist ja vielleicht blöd. Weil ich jetzt so einen langen Weg vor mir hab. Oh, er ist kaputt. Oh Gott. Das ist eine gute Ablenkung. Oh. Was? Oh, eine gute Ablenkung. Fuck. Habe ich den auch bekommen, ey. Schade. 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 Wenn der Fuse-Kit hättest du es sogar geschafft. Wie bitte? Wenn der Fuse-Kit hättest du es sogar geschafft. Ja, ja. Deshalb, deshalb. Schade. Ah, hier gib mir AK. Ach ne AK gibt's ja nicht. Nehm ich halt die M4. Ist mir egal. Ah, dir das mal tauschen kriegst du einen kleinen Skin. Ja, wie tauschen? Drück mal G, wenn du ne Waffe gekauft hast. Ja, weiß ich. Da. Toll UMP, danke. Eine schöne M4. In der Wald... Mit... Mit Waldtarnungs-Zeugs-Bumps. Oh, wir. B. Ah. So close. So sore. Na, echt B, wa? Oha, heftig. Ich hör Steps in Cutters. Bin ich. Nee, das war's nicht du gerade. Ich hab'n getötet in... Du gehört hast wahrscheinlich. Oh, ich geh' rein, komm. Ja. Waaah. Ich wollt' nur die AK aufheben, man. Chillt. Na, die empfehlen nämlich auch. Bamm. Na, küsste. Was? Oh ja. Oh Gott. Das war jetzt dumm. Ich weiß. Ich hätt' auf der Waffe... Ich hätt' auf der Waffe bleiben müssen. Scheiße. Hätt' wenigstens die Pistole genommen. Die Pistole. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich hab' das Franz Lache, dieses Durchswitchen manchmal, ey. Das macht das... Das macht das Lache irgendwie auch irgendwie einfach mittendrin immer. Das hab' ich mir voll irgendwie abgeguckt. Lachen. Lachen. Äh, alle A. Ne, komm, ich gehe mit zur B. Oh, leck' das Spiel jetzt, Alter. Hör' auf. Hör' auf mit dem Schiess. Bleh. Sorry. Oh. Katas, Katas, einer. Bin geplantet. Ah, einen habe ich bekommen. Einen habe ich. Aber B, positive. Die werden B planten, glaube ich. Ach, bist du schon kaputt? Ne, bist du nicht okay? Ich dachte gerade. Mach keine Steps. Empfehle ich dir. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Wow. Wie der geflogen kam. Hammer. Ja, doch. Schaffst du, oder? Geh mit da hin und dann pack das. Komm, Alter, es reicht dir. Ja, doch, okay. Das wird locker was. AK. Gingertin down. Ja, 12,7. Das wird knapp, ne? Hat er eine M4 weggeworfen? Hat er eine M4 weggeworfen? Das schöne M4. Ne, hat er ja nicht. Ach, M4, auf geht's. Zack, ab. Waffe durchschmeißen. Okay, wo lang? Ich gehe mal wieder allang, komm. Toi Fire, Toi Smoke. Komm, A. Ah, ja, meinst du? Na, wenn bei B ein Tunnelkörner ist. Ah. Dings war einer. Nice, hat er einen. Ach, das war der M4 bot, okay. Dann ist alles easy. Hat er eine AK für mich? Ne, eine Shotgun. Tolle Wurst. Ah. Ah. Nice shot, one shot. Scheiße. er ist so dumm ja ohne scheiß er könnte so viel munition sparen machen schreit einfach drauf hat präzision 1 b war ach du kacke ok akar scheiß drauf einfach reinlaufen wir sind an den tor und am loch mit der waffe in der hand ja wegen schnelligkeit läuft immer mit der waffe in der hand da rein schaffen wir es ja ok alle tot schaffen war spaßten absposten das ist ein stress war besser als vorhin wir hatten 13 zu 0 zurückgelegen wir haben 15 zu 9 15 13 gewonnen heftig jetzt führen wir nicht oder fühlen wir gerade keine ahnung ok jetzt gehen alle a ok normaler hier geht a on spot gegen a kurz gucken dann gucke ich auch mal kurz das war dumm schlecht oh nice manchmal stelle ich mich doch sehr ne an epic quickscope bitch wir holen echt auf noch alle herr läuft bei uns krasse sache gib mir mal ne arve 2b 2b ok so passt das sollte immer 2b gehen ich gucke in die cutters mit der sniper ja komm smoke geht weg und dann b b b b b b b ich hab keine gucke in die Die sind in der Mitte, ja, sie sind in der Mitte. Hat jemand auch in der Mitte gekommen? Oh, A, Alter. Ja, dann ist es zu A irgendwie, ne? Mhm. Bist du schon tot? Ne. Okay. Komm, hoch hier. Danke. Howdy. Was? Ja. Ach, scheiß, 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 scheiß. Okay, ein Chef hätte ich, naja, vielleicht noch geschafft. Ne. Vielleicht. Ne, meinst nicht? Mit fünf Sekunden. Ah, bist du teuer. Tobi, okay. Ich geh diesmal nicht, B. Okay. 17, 16, äh. Oh, fuck, ey. Oh, ich würd gerne mitfeuern, aber. Oh, dieser Eggsept kommt, der. Oh, die kannst du alle holen, Kevin, oder? Die wissen ja nicht, dass du da bist, oder? Das ist ein Freund. Wollte ich nur mal anmerken. Oh. Loll, bei mir hast du voll daneben geaimt. Hab ich auch. Okay. Puh. Welche Waffe denn? Oh, die Farmers. Quatsch, die. M4. Alle B jetzt, oder was? Hecht der Glor. Hecht der krass. Ich glaub, ich hab zwei geholt, alter. Krass. Tatsächlich. Meiner. Ne. Assis. Assis, schade. Wuhu. Gib mal hier den... Oh, die Wollt's gehen, wollte ich grad aufheben, du Arsch. Pennerst du. Ah, ne, die Runde läuft gut. Also, wir können doch gewinnen, oder? Also doch. Dann abgeht noch ne Runde. Hä, wie? Noch eine. Noch eine. Ach, ne ganze nochmal. Meinst du jetzt? Ja. Achso, okay. Warum das? Okay. Okay. Geh wieder B mit dem gelben. Also mit dir. Taha. Hey, du bist so range, ich weiß. Sorry. So, warte. Ich guck rein. Siehste, was? Was meinste? Ich geh T-Spawn lang, auch wenn's länger dauert. Und wer weiß, ob die da lungern. Bombe Mitte. Okay. Ja, genau das mein ich. Genau das mein ich. Perfekt. Weil ich hab zwar scheiße geämt, aber passt. Deploying Flashbang. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Nice, bitches. Oh, die reißen wir die Runde echt noch rum, Alter. Das ist ja fett. Ich hab ja mein schöner AK noch. Geil. Nach der Runde möchte ich meinen AWP-Skin bitte haben. Ja, natürlich. Weil irgendwie, ich, äh, den Kodiker rassert. Für Wettlein oder so. Na, ich geh mal A lang mit. A lang mit? Ich geh mit A lang lang. Verstehste? Komm, ich guck Tür. Scheiß drauf. Okay, die war schon B grad hart, ne? Wie ich das wusste. B oder was? Ach du Kacke. Ich kattere. Kattere. Woll. Ich hab kurz was zu trinken. Ich den ich gesehen hab, war jetzt richtig behindert. Heu, heu, heu. Heftig, heftig. Schaffen wir, schaffen wir. Ich glaub daran. Kommst du A lang lang? Ja. Okay. Nee, kurz. Da ist keiner. Na, hast du recht. Oh, B, Alter, ne, alle. Alle, B. Das gibt es doch nicht. Ach, Kacke, ey. Dass ich den nicht bekommen hab, ärgert mich so, Alter. Ich hasse solche Nahkampf. Ich verliere alles, was Nahkampf ist, ey. Was war das denn jetzt? Meine Flasche. Oh, Double Kill läuft. Komm, noch einen. Schafft er, schafft er. Baller. Schade. So hektisch. Aber ganz, also, wenn er die nicht, äh, die jetzt nicht bekommen hätte. Ho, ho, ho. Ey, Dauerfeuer ist ein Fehler, Mann. Du darfst auf Entfernung nur Einzelschuss machen, Digga. Digga, Digga. Ja, das hat EG erst recht nicht. Ja, das sowieso. Generell, AK ist ja auch so, äh, auf die Füße schießen gleich Headshot. Das ist voll lustig. P90. Auf den Boden ziehen, Headshot. Aber die P90, ne. Mit der P90 kannst du fast so zielen und du triffst dann auch genau da. Das ist, das ist, das ist, also, das bin ich der Meinung. Ich guck, B, Karas. Jetzt bin ich B ganz alleine, ernsthaft, Leute. Ähm. Fuck. B ist einer. Wenn du hinten bei Lang aus den Throns gehst, ist es noch einer mit Nürnfelschapel. Geh aber auch fast. Ja, Karas ist einer, ne. Wispel? Ja. Bäh! Sehr gut. Adi, gut. Ja, geht, ne. Was hat er gesagt? Bin stolz auf dich. Danke. Oh, Entscheidungsrunde, läuft. Komm, wir haben das, wir haben das. Komm! Wie abgeht's? Schön sowas, sowas sind nicht schön. Ich auch. Warte, ich, äh, ich, ich smoke den Dings zu, da, da, Double Doth, dass er nicht auf die Idee kommt, hier zu schnipsen. Ja, okay, jetzt machen schon, machen schon fünf andere. Ist schön, ist schön. Ich stürm einfach mal A. Jetzt A stürmen? Äh, ich meine TPS. Wow, die ballern, die ballern einfach mal Random Fire durch. Bei B. Geht klar, geht klar, alles. Läuft! Das war doch krass. Ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei dieser Runde CSGO. Ich werde jetzt Verteidigung in zwei Teiles bitten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir ab. Vielen Dank.